Hallo, guten Morgen. Wir sind hier in Sölden bei wunderschönem Sonnenschein. Es ist der 3. Dezember 2019 und wir sind auf dem Weg zum Geißlachkogel, ganz hinauf auf den Berg. Und von dort fahren wir hinüber zum Bigejoch und wollen heute die beiden Gletscher, den Rettenbach und den Tiefenbachgletscher, erkunden. Die Voraussetzungen sind wunderbar. Schönes Wetter, Sonne und hoffentlich gute Pisten. Die Voraussetzungen sind wunderbar. So Otti, wo sind wir hier? Warum sind wir hier? Was machen wir hier? Also wir sind hier im Schwarzkogel. Die Schwarzkogelhaus stärken uns. Und Skifahren machen wir auch hier? Und ja, genau. Und fahren dann wieder zum Tiefenbachgletscher. Na dann ist das gut. So machen wir das. Lecker? 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 Bis zum nächsten Mal. Und, wie hoch sind die hier? Über 3.000 Meter. Ja, 3.200 noch was. Wow. Ja, 3.000 Meter. Ja, 3.000 Meter.